ja hallo leute es gibt ein neues starter paket das ist jetzt verfügbar das wollte ich mal zeigen da ist es schon so das gucken wir uns mal an das ist der geile aus sieht schon richtig geil muss schon sagen ist schon sehr nice aus wer ist denn hako saurus besteht im griff er wird wortwörtlich kein rescan komplett neu design passt gut ist das haktop geht klar jetzt genau dann gibt es noch eine pickaxe rot kit hammer rot kit hammer reaktiv ist er das ist reaktiv die ist nicht schlecht ja das steht da st plus alt plus zerstörung ja sehr nice also ihr kriegt skin rücken als zwar pgx und 600 wie wachs dazu das ganze kostet 4 euro was geht richtig richtig gut also lohnt sich also bester starter paket ever würde ich schon sagen das ist sehr nice